ja auch ein wunderschön willkommen zurück zu red dead redemption 2 was soll ich sagen wir stehen hier haben kein geld mehr weil wir alles für irgendwelche krams ausgegeben haben und der krams ist natürlich sehr 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 wichtig gewesen denn wir wurden ja nicht umsonst gesucht weil wir kacke gebaut haben also ich habe kacke gebaut ich habe mich rechtzeitig nicht versteckt und zweitens habe ich nicht rechtzeitig mir meinen mundschutz aufgezogen dementsprechend habe ich dann richtig viel kugel lassen müssen dafür dass ich mein kopfgeld bezahlt habe ich glaube wir haben nur ein oder zwei dollar ich habe noch verloren bei irgendwelchen anderen krams also alles nicht so schön aber was wir machen es ist leider so wie es ist es ist leider so wie es ist wir brauchen geld und ein möglicher weg ist hier beim beim sheriff beim sheriff werden wir jetzt hier vorstellig und holen uns hier diesen 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 na ja das da da das da so war so was haben wir denn hier joshua brown das klingt ja erstmal ganz interessant würde ich mal behaupten was haben wir lesen wir mal hier gesuchte belohnung in höhe von 40 dollar immerhin joshua brown lebendig gesucht der berüchtigte schütze gesucht wegen gesetzeswidrigen tötung brown ist bitte groß hat dunkle haut und ein lang schnurrbart sein letzter bekannter auch mal zu ort war nördlich von strawberry fdv nicht erfahle alle belohungsansprüche werden vom büro des sheriffs der stadt strawberry beglichen wir brauchen ihn lebendig so mein pferdchen das lichten darf der da hat jemand was liegen lassen und diese sie das pferde apple also bitte pferde mann 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 wir müssen dich erst mal hübsch machen du bist nämlich staubig warum auch immer kann man gar nicht erklären wieso ja wie lange muss man das machen bis man wieder haut zieht oder bis die farbe abgeht ok dann füttern wir noch ein bisschen auf geht's wir müssen dahin ich hoffe mal wir kriegen hin nee da lang der hört mir auf zu spielen also hier ist eine pferdekutsche das ist sehr gut aber die können wir nicht benutzen wir haben nämlich keine kohle dafür genau ist derzeit nicht verfügbar ich bin ein idiot so aber mein pferd ich habe irgendwas gehört was mit dem was mit dem was mit dem was mit dem ach ach ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß warum ich bin hier weit weg vom Das solltest du aber. Das solltest du aber. So, mein Freund, was kann ich mit dir und für dich tun? Jetzt schläfst du ja doch. Der sieht nicht gesund aus. Überhaupt nicht gesund. Aber ich kann nichts mit dem machen. Ich habe keine Ahnung. Ah, nur gut. Weiter geht's. Da sind wir da voll der Karahnen gegen Bobby ran. Meine Fresse. Die Wildnis ist gefährlich. Das erleben wir ja Tag ein, Tag aus. Ich glaube, ich sollte hier irgendwo... Da schießt einer. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig lang geht. Oh, hier wird's kalt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Mal gucken, ob ich den Weg hier finde. Aber trotzdem wird's kalt. Oh, guck doch mal, wie weitläufig das ist. Da lang, da lang, da lang, da lang. So, jetzt ist noch ein Weg. So, und wir haben nichts Warmes zum Anziehen. Ich hoffe, wir kommen hier schnell wieder raus aus der Kälte. Wobei, noch ist es ja nicht kalt, ne? Mal gucken, das ist eigentlich... Na doch, wir verlieren Leben. Das ist eigentlich ein Weg hier. Hier ist jetzt kalt. Okay, mir ist kalt. Aber ich denke mal, wir kommen jetzt wieder nach unten. Was ist das da hinten? Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da gehen wir mal hoch. Da ist irgendwas versteckt. Ja. Warte mal, ich gehe mal hier zu Fuß. Oh, das sieht gut aus. Guck da mal. So, ich versuche mal hier hinten hochzuklettern. Nö, nö, nö. Ui, 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 ui. Nein, 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 nein. Ich glaube, hier können wir aber hoch, ne? Auch nicht. Vorsichtig. So, ich gucke mal, ob ich hier hinten irgendwie... Ah, hier könnte ich. Nein, 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 nein. Oh, da hängt man so... Hier muss man aber echt verdammt aufpassen. Wie kommt man denn da hoch? Oh, komm, du warst fast oben. Was? Jetzt bleibt er hängen? Oh, das ist ein Klaus. Komm, jetzt aber. Mitch, ich will da oben. Da ist doch irgendwas. Hier bleibe ich immer hängen. Nein, 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 nein. Oh. Okay, so geht's nicht. Also, auf der anderen Seite gibt's so Wege, oder? Unnötige Zeit vergeudelt. Hör mal, ich geh mal jetzt hier lang. Okay, ich nehm den Weg. So, was haben wir denn hier? Ja. Schön. Sieht schön aus. Ja, ich hab mir ein bisschen mehr versprochen davon, aber nur gut. Wenn hier nichts weiter ist. Ich glaub, das ist eine Art Uhr, ne? So, fertig, komm mal her. So. Die Winterstiefel sind nicht bei, ist ein bisschen rutschig, ja? So, weiter geht's. Wir müssen unser Kopfgeld holen. So, wie weit sind wir denn entfernt? Also, theoretisch könnte man schon sehen, ne? Aber das wird irgendwo da unten sein. Also müssen wir den Weg lang. Damit wir das, äh, das Gebirge hier anderweitig durchqueren und nicht runterrutschen. Du, 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 du. Uh. Oh, ja, 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 vorsichtig. Was? Ja, ich hau doch schon ab. Nicht, dass sie mich wieder angreifen, ja. Wir sind ja ganz lieb, ne? Eigentlich müsste ich die ganzen Hasen einsammeln hier. Und jetzt geht's abwärts. Vor allem, das sieht so alles unterschiedlich aus, egal wo man hinkommt. Das ist so riesig. Einfach nur riesig. Ich kurz mal hier ab. Ich hab das Revier eines legendären Tiers gefunden. Okay, das auch noch dazu. Nicht, dass ich davon jetzt angegriffen werde. So, mal gucken, ob wir den Typen dann... Warte mal, ich mach mal... Mach mal schon mal die Leine raus. Eine alte Mine. Ach, hör auf. Mal gucken, ob wir den kriegen. Leise. Warum bleibst du nicht geduckt? Das sieht nicht gut aus. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ähm. Oh! Warum hat der dich geschossen? Wie hätte ich jetzt zuschießen müssen? Warte mal. Kontrollpunkt neu starten. Ich sollte triggern. Ich sollte triggern. Das ist ja das erste Mal. Warte mal. Okay. Wieso? Wie schieße ich denn? Jetzt beim Ernst? Wie schieße ich denn? Halte RT leicht gedrückt. Je weiter die Anzahl, desto mehr Zeit hast du zum Ziel. Ach so. Okay. Ist auch nicht gut, weil er tot ist. Richtig? Genau. Äh, äh. Kontrollpunkt neu starten. So, jetzt aber nochmal. Jetzt weiß ich ungefähr was. Okay. Ah, komm, komm, komm. Nicht immer rin in den Modus. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Oh. Oh. Was? Du solltest das Ding werfen. Du solltest das Ding werfen. Oh. Jetzt aber. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Ah, ne, endlich. Achso, sein Hut. Was hat er jetzt für einen Hut verloren? Wo ist er denn? Ah ja, der ist ein bisschen schäbig. Lassen wir mal. Kann der überhaupt dann fliehen, wenn wir den hinten drauf haben? Dann ist doch... Oh! Oh! Tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte... Das ist heute nicht mein Tag hier. So, komm. Komm, er mitfährt. Ich probiere mal was. Ich hoffe, das funktioniert. So, Nummer 1. Und jetzt... Wo ist denn der... Guck mal, der Kasten ist weg. Hier, hier wäre der Kasten gewesen. Okay. So. Oh, ist ja schade. Ist ja zu. Also hier wäre der Auslöser gewesen für das Dynamit, ne? Zum Sprengen. Hier stand nämlich vor dem Kasten. Hier sind bloß noch die blanken Drähte nach oben gehend. Was ist denn hier los? Also bitte. Na gut, ähm... Also gibt's hier nichts Spannendes weiter. Ist einfach nur Zähne. Ich weiß. Oh, komm. Vorsichtig. Nicht die Bäume, ne? So, hier ist doch Viehzeug irgendwo. Wurde das auf der Karte vermerkt? Tatsache. Guck mal hier. Der da. Aber leider kriegen wir nicht beides, ne? Ja, 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 ja. In deinen jüngeren Tagen, ist klar. Wo ist mein Bohren? Haben wir hier irgendwas? Ne. Leider nicht. Aber wie können wir hier gucken gehen? Auf alle Fälle haben wir so Schakal oder was da ist, ne? Ach, Klappe zu. Okay. Wir halten zurück. Oh, warum schlauft der schon wieder? Warum nicht? Ich will hier immer jammern und versuchen, einen zu überzeugen, irgendwas anderes zu machen. So wie beim letzten Mal schon hier mit der Frau, mit der schwarzen Witwe. Nö. Okay. Ähm. Was? 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 Ihr Saftnasen. Da klauen die mir ja schon mein... Ach, Klappe zu. So, die haben aber Kohle bei. Außerdem haben die mich angegriffen. Ich hab mich nur verteidigt. Zwei Dollar. Was haben wir hier? Ein Karabiner, starke Pferdeärznei. Okay, nächste Leiche. Wir bauen nämlich unbedingt Kohle. So. Okay, so geht die Kasse auch noch um. Oh, warte mal. Was ist das für ein hübscher Hut? Es ist ein hübscher Hut. Oder? Wir kaufen uns dann später einen besseren. Ach komm, hier. Der ist gefalteter. Der hat mehr gelebt. Der ist viel, viel besser. Klappe zu. Wir nehmen uns doch die letzte Leiche hier vor. Und dann gucke ich mir mal den Ort an, wo die gerade eben waren. Da die Hütte. Muss ja irgendeinen Grund haben, dass sie hier waren. Wir gucken mal hier hin. So, hier ist ein Sack. Da ist auch nichts weiter. Und dann gehen wir mal hier. Was? Dann ist es auch noch zu. Können wir hier rein? Auch zu. Ist aber jetzt nicht toll. Ich hätte jetzt gedacht, wir können hier rein. Aber nur gut. Hört. So, weiter geht's. Oh, Hase. Und fast hätten wir ihn überrannt. Aber nur fast. Ah, steck mal weg. Okay. Hi. Dann gibt's ein bisschen Geld. Denn wir müssen wieder Sachen kaufen. Warte mal. Ja, ja, Bounty Hanna. Wo sind wir denn eigentlich? Ah, wir sind fast da. Ah, guck mal. Wir haben wieder ein schickes... Na, hier ist Grenze. Stimmt, wir waren auch im Tal hier drin. Okay, hier ist die Grenze. Langsam lichtet sich das auch. Wie weit... Hier geht das noch? Okay. Ich glaub, da ist schon unten, ne? Das geht hier nicht weiter runter. Ja. Ich will bloß gucken... Hier geht's nochmal nach unten. Achso, hier ist eine Ecke. Hier ist eine Ecke drin. Ach, deswegen. Ah, okay. Da ist nochmal eine Ecke drin. Juhu. Okay, die sind hier... Kein Problem. Die Wölfe sind eher das Problem. So, da unten ist die Stadt. Da wollen wir hin. Beziehungsweise die Ortschaft. Das ist ja keine Stadt. Ja, ich bin verflucht. Ist alles gut. Aua. Tja, hättest du mal schneller gezogen. Aber niemand zieht schneller als ich. Da, 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 da. So, guten Tag, Sheriff. So, da drüben. Die Zelle können wir ja nicht benutzen. Und die Zelle ist jetzt leer. Letzten zwar sind wir voll, ne? Hehehe. Ja, ja. Begib dich zum Schreibtisch, ja, ja. Wir sammeln unsere 40 Kronen... Korken hier. Also, ne, der ist ja voll laut. Wir sammeln jetzt unsere Kohle hier nicht ein. Ach, Quatsch. So, warte mal, äh... Ach so, deswegen gibt's hier keine mehr? Das können aber nicht alle gewesen sein, oder? Ich hoffe, da kommen noch viel mehr. Viel mehr als nur die paar. So, wir haben wieder Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn? Sehe ich die Kohle irgendwo eingeblendet? Das wäre eigentlich richtig super. So, das, das, das. Das ist das Hotel. Okay. Hier drüben war auch irgendwas zu vermieten eigentlich. Dann haben wir hier unseren Gewischtwarenladen, Zeitungsverkäufer, Postmeisterei, Schlachter. Ähm, im Prinzip... Was ist das hier für ein Gebiet? Gesucht, tot oder lebendig? Ach, das ist die Ecke, wo wir... Ach, hier wird Blackwater sein, ne? Hier in der Steckstelle. Deswegen dürfen wir da nicht so ohne Breites hin, weil wir nämlich dann ein Problem haben werden. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns dorthin bewegen. Ich probiere es einfach mal. Mehr als sterben können wir nicht. So. Und dann geht's los. Von wegen ist nix los. Eine ganze Menge ist hier los. In dem Spiel. Nee, ich möchte nicht reden. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich bin da über den Baumstumpf gefallen. Ach, der da hinten. Warte mal. Hey, Mister. Hallo, Sir. Willst du dich saved sein? Nee. Ja, ach komm. Äh, ja. Desperatlich. Well, das ist wundervolle Nachrichten. Du bist. Das ist wirklich alles, was es gibt. Wow. Du bist nur noch gute Dinge und weniger schlechte Dinge. Und wir können zusammen sein für alle Eternheit. Du und ich? Ja. Forever? Great. Okay. Gut, das hat sich voll gelohnt gerade. Da bin ich hier über den Stumpf gestolpert. Das kann doch nicht sein. Ich habe aber verdammtes Glück. Ja. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Pferdetyp. Aber wir haben keine Kohle für ein Pferd. Außerdem ist das Pferd doch gar nicht so schlecht. So, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal in gefährliche Gefilde. Tod oder lebendig. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht, wie schnell wir die Kopfgeldjäger in der Backe haben werden. Hier war ein Viehzeug. Böses Viehzeug. So, da unten kommt ein geschecktes Pferd. Oder? Nicht sogar ein Schimmel, ne? Ui. Ja. Okay. 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 Oh Gott. Oh, der ist schnell. Okay. Okay, jetzt sind wir offiziell gesucht gewesen. Halt. Ähm. Ähm. Halt. Habe mal ein bisschen Ausdauer gegeben. Weil der ist gerade uns wieder hinten voll auf die Fersen. Ja, mein Freund. Jawohl. Na, mein Freund? Hey. Okay, jetzt haben wir geritten und das war's. Was denn du? Das war's jetzt, ja? Ich hab jetzt hier Ausdauertrank verballert für ein Wettrennen. Dafür, dass ich zusehen musste, dass er das fertig geschlagen hat. Okay, vorsichtig hier nicht runterfallen. Tall trees. Wo sind wir jetzt eigentlich? Blackwater, ne? Ja, okay. Das Umsatz abgegeben wird daher auf der Pausenmenü Karte rot angestellt. Du kommst auf Fahndungsliste, wenn die Gesetzesüter dich in diesem Gebiet sehen. Ja, ich hoffe doch. Toll, ist schon passiert. Es ist schon passiert. Ui, ui. Ey, ey. Oh. Oh. Okay, das war... Das war gerade völlig sinnlos. Püüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Jetzt hab ich Geld verloren. War das prozentual oder... Ich weiß es nicht. Okay, prozentual. Ach, du heilige Kacke. Also... Ich glaube, da sollten wir eigentlich noch nicht hingehen, oder? Das war gerade bezeichnend. Oh, jetzt wird es doch dunkel. So, und Nacht ist es. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten. Ja. Na, wir gucken mal. Los, Feuer frei. Ja, jetzt sterben können wir nicht. Schweinchen wieder unterwegs. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist hier abgebrannt? Ein Reservat, hä? Hier ist ein Reservat abgefackelt worden. Da hinten liegt was, glaube ich. Eigentlich wollte ich den Zettel und nicht den schwarz gebrannt. Aber okay. Da. Doch. Äh, äh. Okay, dann ist es eine Schule, Reservatschule, ne? Wald, alle zurecht in den Yankee, anders kämpfen, ohne, mutig, morgen, tapfer, mild, immer tragen, was sie ideal, naiv tragen, äh, tragen, essen, reiten, sehen, Apfel, hauen, trauen, eben, meine Sonne ergeben, in dem Neuernten, Berge echten, unter dem Meer enorm, setzen, taumeln, eilen, hören, erzählen, nichts, Wiese, absolut, Krone, Schelfen, Erben, umbringen, notwendig, direkt fliegen, lügen, üben, streiten, trauern, ergeben, reicht, ja, okay. Okay, also wirklich nur Worte, üben. Oh, da drüben könnte noch was sein. Ne, hier ist ein, halt, da war was. Da, angebrochener Tabak. Ah, ich kann keinen weiteren tragen. Halt. Da macht irgendwas ganz fiese Geräusche. Sehr gut. Ich weiß, da hat was gelegen, aber, äh, das war, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Ah, guck mal, das Pferd da ist, komm. Achso, vielleicht sollte ich mir selber auch nochmal was, äh, reinpfeifen. Nicht, dass ich dann, äh, hier irgendwann rumhänge. Wir könnten aber auch mal einfach ein Lager aufbauen. Oh, da hinten ist ein Haus. So, warte mal. Kochen, herstellen. Wildvogelfleisch, kochen. Tatschi, essen. So, nochmal kochen, bitte, wenn wir haben. Haben wir nicht, okay. Haben wir nicht, äh, dann nehmen wir Großvogelfleisch und das, ähm, das Lager war weg. So, was haben wir noch, äh, das Wildvogelfleisch abgehangen. Ah, guck mal, hier können wir, können wir noch besonderes Essen machen. Hier mit, uh, kochen. Lecker, mit Oregano. Sehr gut. Könnten wir nochmal machen, was haben wir noch? Normal, okay. Achso, warte mal, äh, kochen, herstellen, da gab es ja noch ein paar andere Sachen. Äh, ich konnte nicht mehr, was ist das? Er hat gerade, er hat gerade überhaupt nicht reagiert. Einen starken Raubtierköder, äh, den stellen wir mal her. Der kann nicht schaden, wenn wir dann mal auf Jagd gehen, dass wir Pelz und so weiter brauchen. Und, äh, wir brauchen, guck mal, können wir, äh, Munition, wir können sogar Munition, Pfeilfeuer. Pfeil verbessert. Okay. So lange ich sie nicht verballer. Okay, mehr können wir nicht, weil wir nicht mehr genug Sehnen haben. Starke Arznei. Ähm, Information. Stellt Gesundheit komplett wieder her und verstärkt sie etwas. Okay. Ich glaube, wir sollten öfter, ähm, hier uns hinsetzen und einen Lager aufschlagen. Zumindest, wenn unsere Sachen hier knapp werden. Sehr gut, lagern. Okay, mehr können wir nicht, mehr haben wir nicht. Super. So, irgendwo habe ich doch, da drüben haben wir das gesehen. In die Richtung muss ich auch. Oh, oh, von hinten drauf gesprungen. Wahnsinn. Halt. Ich muss irgendwie, hier drüben kann ich runter, ne? Ja, hier. Da drüben ist ein anderes Lager. Vielleicht könnten wir es ausrauben. So, Kopfgeld. Zehn Dollar. Okay, wer bist du? It's my life. It's my life. It's my life. Oh, hey there. Why, why don't you join me and have a seat over here by, by the fire? Oh. By the fire. Hm. Bone dry. No. The sins I'm carrying around. You wouldn't even believe, but, if I'd a little whiskey to loosen up my tongue a little, I might, I might tell you. Ach, ne, komm, hier. Hier hast du whiskey. Here. Let's hear. Oh, auf Sturz und Ex. You're, you're a place called Four Rigs? South is Strawberry. Captain, Indians penned in their locket. Das ist der Dume, ja? I ain't know what's worse. Seeing the ones we killed or watching the other ones die. Slow way. Well, they pay well. Them government boys. But the money don't last long. Uh-uh. It's, it's what you did. Sticks around. And I don't know the feeling. I was a, the, uh, young man then. But, I still see them faces clear as yesterday. I do. I might risk the last minute feeling very sleepy all of a sudden. Okay. So, was hast du hier in deiner Kaschere? Ein Appel? Mhm. Was hast du überhaupt selber? 2 Dollar. Ring eines amerikanischen, okay. Oh, ja. Muss ich, muss ich die Maske aufsetzen dafür oder wie? Ich weiß es nicht. Ja. Dass ich dabei nicht entdeckt werde. Ich werde es mal beim nächsten Mal probieren. Nee, das ist ja Kirche, hä? Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Nicht, dass wir hier... Wir reiten aber in die Richtung. Also, eigentlich reiten wir richtig. Da ist das Lager. Und da ist das Vor. Gefangenenlager. Ich glaube, wir sollten uns hier fernhalten, ne? Ja, guck mal, das sieht... Das sieht ein bisschen größer aus, ne? Das ist... Wir sollten... Ja, es ist definitiv rot. Okay, hier könnten wir schlafen, wollen wir aber nicht. Wie viele? A lot. Uniforms everywhere. Du siehst, Sean? Nein, ich glaube nicht so. Dammit. Wo ist Trelawney? Wer weiß. Just... Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Places crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Isaiah. Oh, he got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Da kommt wer. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Will they want to trial him publicly? Gentleman? Sean is being moved up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or... Cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess... We need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go sing. Oh, 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 oh. Warte mal. Arthur, the government or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost. Good and proper. It's a big country. I hope so. So. Ich mach mal schon mal die Waffen scharf. Finde das Boot. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother they're saying Dutch murdered on the boat. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened to New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on. Let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Let's be how it's spent. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Hmm, there in the top. Hey, they've pulled into shore Alright, let's take a closer Look, binoculars, gentlemen So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys But I hear they're a big crew and wild Built some reputation in the last year or two That looks like Sean to me Certainly kicking up enough of a fuss Yep, that's definitely Sean Okay They're giving him a decent kicking Well, you can only imagine the shit he's been giving them Oh, yes They're taking them up the canyon There's Charles on the other side Let's go What about the other two down there? I've got an idea Follow... Me Oof Jetzt kann ich keine Kamera anmachen Okay, schade Okay Okay, ich weiß Bescheid We should do this quietly if we can Leave it to me, gentlemen I'll go around and create a distraction Then you two sneak across and do the dirty on them Okay Mmh Undercie Okay Move it in the morning No, I can close it No, I can go around and create a distraction Okay Okay, okay Okay, 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 okay? Was ist das Problem? Es ist die Bessie. Sie ist derart von ihr. Wo ist sie? Ich bin bei mir selbst. Wenn ich Bessie lose, dann lose ich alles. Komm, komm. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe einen Biss. Was? Uiuiui. Komm hoch da. So, ich stehe gut an. So. Hey, Lindo, all those boots you got there, eh? Those are very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? Come on, focus. Oh. Focus, okay. Okay. Hey, ist das jetzt nicht dein Ernst, oder was? Was? Äh. Mich. Was machst du? Wo ist deine Waffe? Waffe. Komm. Zieh doch mal. Ich und Controller. Ha, 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 ha. Ah, let's push her. Okay. Okay. Was? Jawohl. Ich kann ihn nicht pülen, so schnell. Ja, okay, der ist oben gerade in Action. Ich hoffe, ich kann die Leichen da noch einsammeln. Meine Fresse. Oh, ja, 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 ja. Ich Ja, okay. 없다. Ich Jawoll! 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 Ah! Ein Bein! Okay! Sehr gut! Klappe zu! Uiuiui! Ich sammle erstmal alles ein hier! So viel Zeit muss sein! Ich sammle ein! So viel Zeit muss sein! Außerdem kriege ich beide Pfeile wieder! Teile zumindest davon! So! Baldrian Wurzel! Okay! Was auch immer die hier geladen haben! Der kann noch ein bisschen warten! So! Sehr gut! Gut! Alkohol! Komm! Ja doch! Kommst du früh noch dran! Ja! Gleich! So! Die anderen sind da oben! Ja! Okay! Gut! hast du Glück! So! Mein Freund! Ja! 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 Ich bin jetzt! Ja! Ich hab den nur ein Humpfst! A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this game. Not a bad vexed. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all that, I would have easily left you here to ride a Charles Eddenstam. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Shut up. Right, we should split up. But however you escort Mr. McGuire back to camp, Charles Best, you ride separately. Be careful, there's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here, I'll meet you back there as soon as I can. All right. Oh, I can't look at that. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine you'll miss me a lot. But fair enough, the joy is back in your lives now. Tomahawk, okay. Okay. We have here doch a Hütte. We have also here... So, the first... What have we here versiebt gerade? Mal gucken. Schließe Mission ab, haben wir gemacht. Landet zehn Kopfschutz haben wir nicht. Schieße das Seil durch, um Sean zu befreien. Ah, das haben wir nicht gemacht. Töte mit Javier lautlos die Kopf... Ja, äh... Frag nicht, was da passiert ist. Also, äh... Da ist alles passiert, aber nicht das, was soll. Komm, hier ist offen. Ohhhh. 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 Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Da ist ne Kiste. Und Gin haben wir auch noch. Und ne Dose. Was? Och, komm. Ab Richtung Norden. Komm, 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 komm. Raus hier. So, wir sind auf alle Fälle aus der Ecke raus. Boah, jetzt wird's neblig. Nee, gedrückt halten. So, wir sind jetzt in dem Bereich, äh... Guck mal, da kommt schon die Kopfgeldjäger. Siehste? Kopfgeld 10. Wir sollten... Was ist das hier? Fremde Personen. Äh... Ich markiere mir das mal, aber wir werden... Äh... Zu einer Poststation reiten müssen. In die Richtung, wo wir gerade gucken. In der Hoffnung, dass wir den Leuten dort... Ausweichen. So, gesucht müsste gleich weg sein. So, wie sieht's aus? Das sind die, die... Okay, das waren jetzt nur die, die da geguckt haben. Wir können also das Kopfgeld da noch bezahlen. Aber wer ist diese Person hier? Äh... Das in der Nähe von dem... Nee, ist nicht das vor. Das war das, äh... War das hier. Da ist nochmal ne andere Person. Da reiten wir mal hin. Nicht so guck mal hier. bathing... Wasj reimang drei mal, jetzt zumindest mal hier lege. Dig勉 ho Rücktumdegree.